Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wings Club Mystery of the Apes. Heute mit Level 21 bis 25. Ja, immer in Level 5er Schritte. 5 Level pro Video. 25 bis 15 geteilt auf 15,15. Also 15 Parts. Woo! Und offscreen wieder mal Sterne sammeln gehen. Weiß ich hier wieder was. Widerspricht, benutze kein Zabber, aber 5 Fein Fische besiegen. Danke aber auch. Die Quallen besiege ich dann offscreen. Na ihr Quallen, heute lasse ich euch mal leben. Aber nur heute. Wuh! Wieder knapp. So. 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 Hallo Quallen, hallo! Hi! Die Quallen sind happy, weil ich sie heute nicht umbringen muss. Wuh! Das Spiel ist mal sozial. Was? Aber die Monster nicht. Wuh! 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 Und wuh! 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 Oder 2? Teil von Nummer 1 von 3. Nummer 2 von 3? Schön. Und Nummer 3? Hallo Perranias! umuz Geht nur noch 10-8 Sekunden. Okay, das schaff ich jetzt nicht mehr. Ahhh gut, oh oh. Ok, wie soll man das so 50 Sekunden schärfen? Warte, 5 und 15 Sekunden war das, oder? Dass ist jetzt 50 oder 55? Ah, ich hab vergessen, Okay, waren doch 55. Wow, das war knapp. Und weiter mit Level 23. 110 Gems, kein Schaden, 4 Piranhas, okay. 1, 2, 3 und 4. Gut, gut. Und da passt, weg mit den Schaden. Ach, das Spiel kann ich mal. So, da haben wir ja die 4. Und ich kann gleich wieder Sterne sammeln gehen. Ich freu mich ja jetzt schon. Lalalalalalalalalalalala. Ach, jetzt kommt's schon. Warum stelle ich mich jetzt hier so dumm an? Außer sie sind nicht gut ganz und gar nicht. Gibt's hier noch ein Herz? 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 Danke. Wunderbar. Und da ist das jetzt wieder weg. Aber jedenfalls hab ich 2 Sterne. Zwei Sterne sind ja auch gut. Level 24. Ich mag das Spiel nicht. Ist so unfair. 1, 2, 3, 4, 5. So. Solange es nicht ist. Ähm, danke. Warum schickt ihr mich zurück? So. Alle gute Dinge sind 2. Na, ordentlich 3. Aber ich bin nicht schon wieder zurück ins Hauptmenü. Bin wohl verdubbt, verdubbt, verdubbt. Hmhm, 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 hmhm. Ha. Auch geschafft. Och, Meno. So. So, 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 und so, und so, und so. Ach, jetzt kommt schon, Spiel. Das ist nicht fair. Haß hat sich verbeugt. Das ist unfair. Wer hat sich bewegt? Ach komm, wenn ich eh schon gleich wieder Sterne sammeln gehen kann. Kann es doch so gut so sein. Oh, 5. Okay, wenn nichts gesagt haben. 5, 5. Danke. Danke. Und Level 25. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Was sind die heutige Aufgaben im Final Level für heute? Ach, come on. Ja, was mich verarschen. Ach, muss ich... So, und? So, und? Und? Wow. Was ist das hier für ein Level? Walala. 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 So. 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 und 8 geschafft, 8 geschafft, 8 geschafft Mistig 10 geschafft 45 Sekunden Hey, es waren 45 Sekunden, ich habe einen Stern verdient, einen weiteren Das ist verarschend Und mit dieser schrecklichen Verarschung sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal